Hallo und willkommen wieder bei einem neuen Video. Ich habe mir wieder einen neuen Film gekauft, der wieder in meine Filmsammlung gewandert ist. Und zwar die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das ist wieder mal eine Verfilmung des Jules Verne. Der Film kam ja schon öfters auf irgendwelchen Filmen raus, in verschiedenen Versionen von aus den 60ern bis jetzt eben halt so 2000er Jahren und sowas. Ja, dieser Film hat mich doch sehr gut unterhalten. Darum habe ich ihn mir zugelegt. Das ist natürlich ein bisschen, naja, kinderfreundlicher Film, sag ich jetzt mal. Aber der mich dann doch, wie gesagt, sehr gut unterhalten hat. Was kann ich dazu sagen? Also wir haben einen 16 zu 9 Vollbild, also keine schwarzen, störenden Balken. Und wir haben sogar diesmal einen besseren deutschen Ton drauf als die englische Tonspur. Und zwar haben wir einen deutschen Dolby True HD 5.1 Ton drauf. Und die englische Spur ist halt nur Dolby Digital 5.1. Also wir haben diesmal einen besseren deutschen Ton. Das ist schon mal sehr, 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 sehr gut. Ja, Bild geht natürlich in Ordnung. Und was mich bei diesem Film sehr überrascht hat und auch mich sehr begeistert hat, ist der 5.1 Abmix. Also wenn wirklich was von hinten tontechnisch kommt, dann hört man das auch hinten links oder direkt von hinten auf einen zukommen. Also das ist hier sehr gut abgemischt. Hat vielleicht was damit zu tun, dass hier der Film auch in Classic 3D ist. Was heißt das? Classic 3D. Also ihr habt hier zwei Filmversionen drauf. Eine 2D und eine 3D. Die 3D ist Classic. Das heißt, ihr habt diesen Rot-Blau-Filter. Hier sind auch vier Pappbrillen mit dabei. Ich muss dazu sagen, ich habe mir den Film nicht in 3D angeschaut, weil ich eben halt kein großer 3D-Fan bin. Und diese Pappbrillen, naja, da bin ich auch kein großer Fan von. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts großartiges zu erzählen. Das waren so die technischen Sachen. Wie gesagt, der Film hat mich gut unterhalten, Bild, Ton, alles subi. Die Extras sind auch einige drauf, aber nicht sehr viele. Und ja, mit halt Brändchen Frasier, wie der heißt. Brändchen Frasier, Frasier. Bekannt aus Steinzeit Junior. Da bin ich ja mal gespannt, wann der Film endlich auf BED kommt. Oder eben halt die Mumie. So, jetzt schauen wir uns mal so die Verpackung an. Also ihr seht hier von vorne, alles klar, normal. Eine Amari, leider ohne Wendekover. Jetzt schauen wir uns mal die Rückseite an. So, die Rückseite ist halt auch normal gestaltet. Da seht ihr jetzt so ein bisschen, was da draufsteht. Ich werde es auch gleich mal jetzt näher ranholen. So, hier seht ihr das mal ein bisschen alles aus der Nähe. Da seht ihr auch die Specials und die Geschichte. Ja, und was da halt noch so passiert alles. Oder auch nicht passiert. Ja, wie gesagt, der Film geht an so 92 Minuten. Und ich finde, die 92 Minuten sind auch nicht langweilig. Und es zieht sich auch nicht. Also, ich bin eigentlich davon sehr begeistert. Ja, das ist halt die Rückseite. Mehr davon gibt es nicht zu zeigen. So, das ist die Innenseite der BED. Ganz normales Disccover, wie ich mal das Frontcover. Und hier sind auch, wie gesagt, diese vier Packbrillen, die bei mir noch original drin sind. Also, sind hier oben offen. Aber ich habe sie noch nie benutzt. Sind halt hier so eingeklemmt. Und, ja, ist auch ganz nett gestaltet hier mit der Mittelpunkt, äh, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ähm, ja, das war's vom Film. Und ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Wieder mal bis demnächst. Euer Degalogi. Und tschüss. Ehm, ja, das war's vom Film.